Oh Ich verbau mich schon wieder auf und zu mal Also das neue Projekt, also ich werde ein paar kleinere Projekte so nebenbei Projekte mit ins Leben rufen So kleine schnuckelige Projekte, wo ich mir einfach mal denke, könnte lustig und interessant werden Und ein großes Projekt nach dem Minecraft wird folgen Das wird ein schon recht größeres Projekt werden Denn Ich brauche ja irgendeinen Ersatz für Minecraft, weil ich sage mit der Zeit Minecraft Naja, ich kann noch meine Burg hier hinten zu Ende bauen, ich kann noch viel im Dorf bauen und 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 Aber irgendwann Ich habe hier auch noch eine große Liste, die ich noch bauen will Aber wir können das ja einfach mal auf Eis setzen Aber mal wegen Abwechslung wieder rein Immer Minecraft hier, das können wir mal auf Eis legen Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Das heißt, ich muss hier schon hoch Oder? Nein Ich brauche die acht Nochmal Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Hier muss das Wasser sein Das heißt, ich muss hier hinten hoch Hier muss ich hoch Hier muss ich erst hoch Also Ein Creeper Oh, nicht getroffen Lauf doch mal so, wie ich denke, dass du läufst Oh, egal Egal Also eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Das haben wir ja schnell gebaut Das haben wir doch ziemlich schnell noch gebaut Hier das Zeich Und so Jetzt haben wir natürlich kein Wasser Jetzt mal nicht so schlimm Bauen wir erst mal in die andere Richtung Hier weiter Ah, nach vorne Hm, das ist jetzt die Frage Nach vorne Da habe ich nicht zu viel Platz Ich glaube, dann dürfte ich über der Brücke sein Das würde ich jetzt zu gern sehen Ich habe auf der Minimap so einen Viechkreis gesehen Ich weiß nicht, was für ein Mob das war Man sieht ja, ich trinke nebenbei übrigens einen Kaffee Weil wir haben noch recht früh am Morgen Also, mach mal so weiter Eins Zwei Drei Vier Fünf Sechs Sieben Acht Und bei der Neun müssen wir hoch Gut Dann haben wir das eigentlich auch Warum habe ich keine Musik mehr? Komisch Da die Musik weg Gut Jetzt haben wir hier das weiter Ich weiß noch nicht, wie mache ich das da vorne? Bin ich mal noch unschlüssig? Also eins Zwei Drei Vier Fünf Sechs Sieben Mache ich hier meinen Abschluss Weil hier müssen wir ja Dürfen wir ja nicht zu weit Wir müssen ja den einen Block noch mit rechnen Wo das Wasser runter fließt Das ist gut 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 Ich muss mal kurz was umstellen. Ich glaube, ich weiß, warum die Musik aufgehört hat. Ich bin gleich wieder da. Das seht ihr natürlich jetzt nicht. So. Jetzt. Ich habe den Kringel vergessen. Gut. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Sind wir hier natürlich schon. Hier geht's hoch. Der Creeper hat mich gesichtet. Wo ist er denn? Keine Lust da runter zu kommen und auf einmal BOOM! Lass mich. Ich bin hier nur ganz friedlich am Bauen. Der will doch auch nur geknuddelt werden, oder? So. Gut. Wenn wir die nächste Stufe machen, sind wir hier drüber. Ist klar. Aber ist das so schlimm, dass wir jetzt hier drüber sind? Das weiß ich noch nicht. Also wir haben jetzt zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Okay, so weit drüber sind wir gar nicht. Hat irgendwie nach mehr ausgeschaut gehabt. Jetzt müssen wir dann nur überlegen, wie ich wieder hier raufkomme, wenn ich hier das Wasser reinschmeiße. Und ein Steinchen nachschub hole. Über die Bäume hier? Nicht wirklich. Ja, vielleicht doch. Oh. Ja, wir müssen dann sowieso hier noch alles ein bisschen verkleiden und aufhübschen. So, Steinchen habe ich noch ein paar. Da könnten wir rein theoretisch gleich sagen, ich mache hier weiter. Die Ebene. Das ist auch noch ein bisschen sicherer, bevor ich hier die Lava reinschmeiße. Ach, die Lava, das Wasser reinschme... Habe ich Lava oder Wasser gesagt? Bevor ich hier auf jeden Fall die Rinden befülle mit Wasser. Es ist noch etwas sicherer. Haben sie hier auch etwas Platz zum Spawnen? Entschuldigung. Ich überlege mir gerade, ob ich hier vielleicht sogar schon noch mal so das Wasser noch mal so quer hinlaufen lasse. Hier wollen sie ja ziemlich effektiv bauen. Aber ich sehe es ja an meiner anderen Mops-Farm und bei meinen anderen Mops... Ja, okay, da laufen sie zu den Dorfbewohnern. Da laufen sie automatisch in die Mitte. Hm. Das ist die Frage. Nicht, dass die Spinnen da oben dann nur chillen und alles. Das wäre ja blöd. Vielleicht machen wir sogar hier noch eine Ebene rein. Das weiß ich auch noch nicht. Vielleicht machen wir das hier wie den Turm nach oben etwas höher. Ich bin mir noch ziemlich unschlüssig hier mit diesen Mops-Spawner. Es ist halt ziemlich aufwendig von dem Baumaterial, was ich gewählt habe. Und zwar, wie heißt es? Steinziegel. Da musste ich mir jetzt immer noch mal sicher gehen. Wie hat das doch mal geheißen? Hm. So, okay. Gut. Oh. Wir haben zwar einen Haufen Steinziegel so schon rumliegen. Ich glaube, wir haben ja ziemlich viel für die Burg vorbereitet, weil ich die ja auch aus Steinziegel machen wollte. Und immer noch vorhabe, Steinziegeln zu machen. Aber... Ja. Ich weiß es noch nicht. Ich bin mir noch unschlüssig. Hier hinten kommt ja sowieso dann die Mauer hoch. Okay, das ist jetzt der letzte Sekt, den wir dabei haben. Danach müssen wir mal ins Haus. Und dann werden wir auch gleich mit Wasser holen. Müssen ja auch noch hier nach unten bauen. Auch noch. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Müssen auch noch hier runter bauen. Das soll jetzt... Momentan ist es ja so ein schwebendes Teil. Das möchte ich ja auf keinen Fall, dass es hier so rumschwebt. Äh, so. Gut. Jetzt haben wir natürlich noch vier Ziegel. Diese vier Ziegel bringen wir doch gleich mal an. Oh. Au. Gut. Ja, hier natürlich von unten schaut es... Naja, aus. Müssen wir noch irgendwie runter bauen. Entweder machen wir das innen voll oder leuchten es einfach nur aus. Das weiß ich noch nicht. Ich denke nur für so eine kleine Kiste. Ach, wir haben hier noch Steinziegel. Okay, jetzt sind wir eh schon unten. Wir brauchen Wasser. Jetzt ist es eh schon egal. Gut, ja, wenn wir da noch Steinziegel haben, dann ist das ja wurscht. Kann ich die ja von hier mitnehmen. Jetzt muss ich mir nur überlegen, wie ich wieder hochkomme. Vielleicht mache ich einfach mal hier. Auf. Das ist hier, weil mein Schacht zum Laufen, ha? Ich muss ja sowieso noch nicht unbedingt... Das Wasser reinschmeißen. Komm ich da schon hin? Komm ich da schon hin? Nein, die Arme sind zu kurz. Jetzt aber. Entschuldigung. Ich bin leichter... Äh, äh, erkältet. Übrigens. Mich hat es ein bisschen erwischt. Man hört es vielleicht auch dezent. Aber ich gebe mein Bestes. Damit ich... ...nicht zu sehr krank klinge. Ich müsste jetzt mal schnäuzen. Aber, ja, das mache ich jetzt nicht in der Aufnahme. So. Das ist aber hier mein Wartungseingang. Ja, okay. Hm, blöd. So, hier. 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 Also man kommt rauf, okay. Das ist ja das in der Sache, dass man raufkommt. So. Cool. So, äh... Wie ich sagen, geht es hier weiter. Machen wir hier noch ein bisschen Bau-Bau. Ein bisschen bauen. Dann kriegen wir das hin. Was sagt ihr eigentlich zu dem scheiß Wetter draußen? Mal ehrlich. Also, gut, jetzt wo ich die Aufnahme nehme. Wir haben gerade den 29.11. Den nehme ich gerade auf. Weil ich nicht weiß zur Zeit zeitlich, wie ich sonst irgendwie...